Keine Ahnung. Warte ich grad der Arsch? Soll ich denn da hochkommen? Gibt es irgendwelche Jump Power oder so? Ja. Ich muss selber schießen. Das ist cool. Du! Boah, das ist... Blöde, blöde. Du Stück Kacke. Ja, du bist ein Kerl. Ich muss schon nochmal spielen. Da. 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 Nein, das war zu spät. Doch, gar nicht mehr. Was ist jetzt wieder zurück? Was ist jetzt wieder zurück? Ich muss noch das Timing hier machen, also ernsthaft? Boah, das ist scheiße. Ich muss noch 10 von hier hinten. Eiskalt. Wieder mit nach vorne ziehen, ne? Oh mein Gott. Ja, nein, das will ich nicht. Ich will die Kack-Level-Kack jetzt absetzen, ja. Eieiei. Jaaa. Ah, kackt. Oh, ich kann es nicht mehr hier, Alter. Oh man, oh man. Du bist ne Kackfatze. Hm. 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 So, irgendwie muss ich ihn da durchbekommen. Vorher bei dem ist es nicht. Oh, ich hab's geschafft. Ihn irgendwie da durchzukicken und jetzt kann ich da nicht mehr rum. Ach, dachte oh. Dein Ernst. Nein, dein Ernst. Das Game will mich richtig hart im Arsch. Zähne mal im Tiefen rein und sind mit ins Gesicht, du... Hühnerkacke. Ich hatte ihn berührt. Oh, deine Mutter. Danke. Oh ja, nicht zu lang warten. Oh ja. Eihne. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, mein Gott! Nein, in deinem Ernst! Ah, fuck, ey! Fick dich hart, Mann! So, stirb, schneller! Oh mein Gott, hier geht es noch viel weiter! Einfach irgendwie zum Ziel rein, okay! Mach das! Oh mein Gott! Ah, keine Ahnung! Oh mein Gott! Boah, muss ich ja ernsthaft? Boah, dein Ernst! Ah, da muss ich das reinschieben! Ich weiß jetzt wenigstens so groben, wie man es macht! Boah, guck mal, ob ich das halt noch hinbekomme! Jaaa! Komm schon, ihr Kackdinger! Die Strecke threw mir fest! So... Oh, das ist doch... No. Das ist doch auch... No. Na. Das ist doch auch... Ja, ich hab's da. ja das ist ja das extra zu kommen dann sage ich dann ganz 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 ein paar jams ein und dann bin ich zufrieden ja das ist ja das ist ja 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 Es hat jetzt Verlierer, dann bin ich mega dumm. Oh, okay. Scheiße, das mache ich nie wieder. Oh mein Gott. Ja, scheiße, das ist ein Pass, Junge. Ich habe das in der letzten Zeitraum fertig gehabt. Oh mein Gott. Das war echt nicht lustig. Aber nun ja. Du bist ja, was denn? You are here. Chapter 3. Oh, das sieht komplett neu aus. You are here, Chapter 3. Einen reinen Tisch machen. Oh ja. Kelly, Herrdington. 3 und 1. Find the Gems. I know, boy. Okay. Oh. Da vorne hast du was verdreht. Was ist denn da unten, wo ich zu spieren ist? Weißt du überhaupt irgendwas? Never mind. Ich bin ein kleiner Reddut. Aber das geht ja ganz eigentlich nicht auf die Zeit. Warum ich da jetzt einfach so reingelaufen bin, weiß es auch keiner. Warum ich da jetzt noch reingelaufen bin, weiß es auch keiner. Wie kriegt die Dinge hier nicht aus? Okay. Okay, was ist das? Okay. 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 Okay.